Was geht ab, Freunde? Erne und Erik von FeelFifanGamingTV hier und herzlich willkommen zum dritten Let's Play Dead Space 3. Hallo. Guckst du denn da, ey? Ja, keine Ahnung. So, jetzt lass mal hier starten. So, in der letzten Mission habt ihr ja gesehen, die Stadt wurde zerstört mit diesem Marker und die Menschen sind irgendwie zu Zombies geworden. Oh mein Gott. Und hier geht's jetzt weiter. Also, du weißt ja noch nicht, was alles bisher passiert ist, ne? Leider nein, leider gar nicht. Okay. Egal, ich bin gespannt und ich bin jetzt auch mal echt gespannt, wie das Spiel so ist, weil ich kann's mir leider nicht holen. Ich bin momentan, äh, blank. Plündern, tritt auf leichten Objekte zum Vorfeld zu bringen. Machen wir doch gerne. Kennen wir schon, kennen wir schon. Schön, ob das Köp hier. Bam, Junge. Also hier ist ziemlich alles rot. Hat da die Sonne? Rotlichtmilieu ist das hier. Das Rotlichtmilieu. Was ist das für ein Planeter? Die Erde, Mond, Mars? Was kann ich sagen? Ich nehme an, nichts von beiden. Zu nah für den Mond, zu nah für den Mars. Irgendein Sonnensystem, was man nicht... Oh, 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 oh. Ey, die passt doch mal auf. Boah. Okay, die hält auf jeden Fall schon einiges aus. Digga, ey, voll erschrocken. Eklig, eklig. Ja, beim ersten Let's Play hast du da gesehen, wie ich mich da erschrocken hab. An der einen Stelle. Das arme Mikro. Ja, das Mikro ist fast runtergefallen. hast du schon gesehen wie man hier die waffen zusammenbaut ich habe da schon ein bisschen im internet habe ich noch nicht auf jeden fall mega nice vor der kommung direkt mal auf dich zu die ballern wir erstmal ab boah tadeus 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 ich bin tadeus tadeus pass auf hinter dir kommt jetzt die wand rechts rum rechts rum rechts rum rechts rum rechts rum rechts rum rechts bis in die ecke drängen nicht in die ecke drängen lassen und umdrehen und bähn schön in den kopf wie kann der mit kopf kommen aber erst mal ein zusammengesagt wo ist das nicht immer rein da rein korrekt so spielt der fußball hier mit denen wir sehen ich bei fifa auch hier ein bisschen skills hier L2 und rechter Alokstick hier mit den übersteiger komm was haben wir hier noch ja was ist das denn hier schöne stühle ich kann einen gebrauchen so gehts jetzt weiter da erstmal gucken da gibt es was schönes da gibt es was schönes ich nehme an die tür links von dir diese ist versperrt in bearbeitung aufzug lese mal die werbung hinter dir welche werbung die der dredger corp das ist glaube ich diese kooperation die das alles leitet ja nehme ich mal an ich bin ich schon beim rettungsteam alle tot der nick war vor mir da scheiße finden sie einen weg aus der stadt raus ich komme mit der eudora die washington station ist nicht weit weg ich kann mit einem der züge dort rausfahren guter plan wir sehen uns dann auf den schienen zug fahren juhu auf jeden fall war das glaube ich ein verbündeter von uns der noch kein zombie ist nein guck mal wer liegt denn da sagt an er sieht auf jeden fall geil guck wo ich dachte schon mit der hat der hast vielleicht hackende zerhackstücke so was meine an nein so hilfes unter das sieht irgendwie nach einer aller geht es lang ich hätte gedacht das wäre so eine so ein arena da ist rechts noch eine kiste gewesen kiste kiste da was haben wir da medipack jawohl jawohl hier kann man gleich ein paar anti sachen mitnehmen ey da vorne ist das mannequin disco mach dir mal ja genau so komm mach dir mal mach dir mal ein schnurrbart super mario es ist mir mario da gibt es was da gibt es was da gibt es was da gibt es was der candy shop bitte bitte wie weit hat nun mal die achs werbung die neue mit dem astronauten achs apollo ja aber die werbung nicht geschwürdigkeit ist schön nichts ist besser als ein astronaut oder so auf den straßen von ich weiß nicht welcher stadt irgendwas mal verlassen ojo guck mal da oben boah weg ist er ach du scheiße ojo ach das ist wieder oh oh boah ach du kacke was sind das noch für leute boah ii boah was macht der den boah guck mal der ist in rage kill den was macht der da kill den kill den der geht nicht in stase was ist das denn ich hab den kopf in töten 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 alter alter guck mal wieder ausrasten töten das keine Mutti mehr boah boah verbissig ey aber du machst immer kurz vor knapp ey jetzt geh nochmal rechts renn doch mal weg ok wir rennen weg run forest run Fußball Fußball jetzt umdrehen und dann geben wieder und bam 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 hallo und weiter und wieder und wieder nachladen schieß 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 jawoll den haben wir zum metzl den rechts noch rechts du bist wieder in ecke du musst immer aufpassen dass du dich in ecke gefangen wirst ist ja noch die musik ist noch so dramatisch was ist das denn tools of terror tools of ah boah was ist das denn ii spiderman gib ihm boah der hat ja gar nichts mehr also erstmal leben aufladen mit kreis genau sowas was ist das denn tentakel auf jeden fall jetzt das spiel richtig geil irgendwie die stadt hier die sieht nicht schlecht aus jetzt sind wir U-Bahn Station jawoll doch ging es nicht an boah boah ey wie schnell kam der denn gerade angelaufen ach du kacke das ist dieser eine mit dieser schieß schieß der eine mit dieser das ist der eine mit diesen äh mit diesen Dingern da ey den Tentakel ja genau bei diesen Krallen weißt du gerade so pass auf also ich finde U-Bahn Station ist irgendwie nicht dead space ich will ins Raumschiff ich will oh 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 boah ich will den Mund sehen ja man und tot guck dir mal aus den hier an ja damit man schon sagt iiii boah also ekelhaft ekelhaft ätzend ätzend so jungen ab durch der Türlein in Bearbeitung playstation verschickt der LTS wie der on time sei dort zur Zeit so der Aufzug gehörst du noch mit hochfahren du bist drunter gefahren ach so ich bin schon unten und da ist der Zug ach du kacke was das denn das dürfte der Zug sein verdammt keine Züge keine Züge ach dann ist es doch nicht der Zug ok ich hab's zur Station geschafft was ist mit dennix Männer ich habe gesehen der Panik verloren dieser Ausbruch könnte uns etwas Zeit verschaffen dann springen sie auf einen Zug los nicht gut sieht aus als wäre der Zug mit einem neuen Triebwagen ausgestattet worden und ich muss ihn wieder zusammensetzen dann schnell Lennox schafft es nicht weit weg wir versuchen sie abzulenken beeilen sie sich ach du kackere das heißt da kommen jetzt zombies muss mich beeilen ja dann wie meine ich das ziele kreis chinesi akzeptieren da geht's fix fusion kachin so was dreht du denn hier äh chinesi ja jetzt musst du da an dem Pfeil an dem blauen Pfeil blauen Pfeil drehung umdrehen der blaue Pfeil chinesi ne rechts 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 muss ich jetzt hier reinschieben ich nehm es mal an tief rein damit oh ja Zugmaschine ist in Position bitte vor Abfahrt Treibstoffwagen ankoppeln ah jetzt musst du den Treibstoffwagen ankoppeln rechts genau den jawohl und den muss ich jetzt wieder hinten dran schlüpseln das dreht sich jetzt so rum heißt genau jetzt einfach nur dran koppeln logisches Denken vereint kachin wow wow da fließen das ist blaues Licht das macht es es leuchtet blau es sollten auf jeden Fall so an die 10.000 Volt sein nehm ich mal an ja wir geben nur Elektroniker ja okay in Ordnung der Zug ist wieder flott und kann durch das Südorf fahren es geht Ihnen nicht was anderes bewegt sich nicht verstanden nicht du solltest da aufsprengen oder wie denn ne kann man nicht halten Sie sich zur Abholung bereit das wird brenzlig ah hinten da die Klappe oh oh man kann da rein da wird bestimmt irgendwas drin sein nein glaube ich nicht bestimmt kommt da jetzt direkt einer rausgesprungen nein von den oh das sind irgendwelche Gegner oder sowas warten warten umdrehen am besten umdrehen das ist eine Freundin die wurde da irgendwie gekidnappt oder ist spurlos verschwunden die hat geile Informationen ein das ist eine Ex-Franche das ist eine Ex-Franche wo ach du kacke wo was schießen da alle auf dich was schießt denn da am besten einfach drinnen bleiben wo Raumschiff wo guckt euch das mal an guckt euch ja mega hoch geht's richtig geil da Gegner gib den Junge gib den Bam Junge in den Kopf Oha, hier wackelt alles. Ja, ja, hier wackelt alles. Ich wacke die gleich auch mal ein. Komm, Jungs. Bam, bam. Jawohl, und hoch. Hoch, wir müssen beilen. Boah. Go, go. Die Sterne sehen echt geil aus. Ja, ja, nein. Kann man als echt schön bezeichnen. Rad nach, rad nach. Und in den Kopf, in den Kopf. Jawohl, Jungs. Alles gut. Blumstilz, Gedärme, fliegen. So, weiter geht's. Jahrelanges Call-of-Duty-Training. Sicher, nee. In deinen Träumen, in deinen Träumen. So, gib den. Headshot und den Nächsten. Das waren zwei geile Headshots. Und jetzt spring da rein, Junge. Muss man da drauf, oder wie? Ja, natürlich. Beeilig, beeilig, rett, rett. Rett, so langsam. Komm, Junge. Komm, Isaac, spring. Isaac, spring. Ja. Jawohl. Schwing dich hoch, Junge. Ey, macht nix. Oh, jo, jo, krass. Komm. Oh, oh, x, 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 x. Drück, Junge, drück. Push, 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 push. Push the button. Jawohl, haben es geschafft. Captain, ich hab ihn. Bringen Sie uns hier raus. Jetzt. Sehr emotionsvoll. Captain, ich hab ihn. Bringen Sie uns hier raus. Muss sagen. Captain, ich hab ihn. Bringen Sie uns hier raus. Yeah. Ich glaub, jetzt geht's ins Weltall, oder? Mit dem Raumschiff fliegt man ins Weltall. Das ist wohl... War das ein Raumschiff, oder was war das? Aber jetzt sehen wir... Ey, das war ein Auto. Okay, war ein Auto. Hier sehen wir jetzt Isaac. Ja. Den spielen wir. Nein. Doch. Wer ist das? Mein Sohn. Sie sagen, wir müssen sich... Wer ist tot? Danik hat ihn umgebracht. Und seine Mutter. Wer ist denn Danik? Ich glaub, das war am Anfang. Das erste Level. Danik ist sein Sohn und seine Frau wurde... Dann stand Danik hat ihn umgebracht. Danke, dass ihr mich gehört habt. Ach so, kann sein. Ja, dann hat ihn Danik halt umgebracht. Ist Isaac schon wach? Ja. Ja, wir sind wach. Ja, schwingen Sie Ihren Hintern auf die Brücke. Ja, schwingen Sie Ihren Hintern auf die Brücke. Auf die Brücke. Vielleicht sehen wir dann... Können wir einen Blick aus dem Cockpit werfen, und dann sehen wir vielleicht das Weltall. Die unendlichen... Cockpit. Cockpit. Die unendlichen Weiten des Weltalls. So, also der Standart unten rechts, Level 2. Das heißt, Sie haben Kapitel 2 erreicht. Wo sind wir überhaupt hier? Sieht aus wie... Keine Ahnung. Wie ein Raubunterberge. Das ist, würd ich mal sagen... Oh Gott. Das ist ein Hochzeitsvorfall. Hallo, lieber Streber. So. Das wird das Bad sein. Genau. Guck mal, diese modernen Waschbecken hier. Sehr modernen. Vor allem der Föhn. Oh. Im Waschbecken. Oh ja. Wenn man jetzt Wasser anmacht, dann... Safety first. Safety first. So, dann haben wir hier irgendwie so eine Klinik. Äh, was ist das? Torpedo, Abschuss, Kapseln, whatever. Keine Ahnung. Waschmaschine. Was man halt so braucht auf dem... Im Raumschiff. Ja, und hier kann man schön chillen hier im Raumschiff. Gibt's das? Ja, hier gibt's noch schön. Ach, Schach spielen. Mit zwei Figuren. Sehr nice. Ah, die bleibt stehen. Eisern, eisern bleibt sie stehen. So, dann würde ich sagen, wir sind auch am Ende von unserem dritten Let's Play angelangt, oder? Jawohl. Nächstes Mal spielen wir Kapitel 2 weiter. Bist du noch beim nächsten Mal dabei, oder bin ich schon beim nächsten Mal alleine? Ne, ich bin dabei, komm. Denn wenn wir hier auf der USM Eudora sind, da haben wir's. Wir sind auf einem Raumschiff. USM Eudora. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's vom dritten Let's Play. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Haut rein, Freunde. Tschüss. Tschüss.